Das MAN Air Pressure Management APM hilft durch die verringerte Nebenleistungsabgabe des Motors, Kraftstoff zu sparen. Der ständig mitlaufende Standardluftpresser mit starrem Antrieb wird beim APM durch ein neues abschaltbares Luftpressersystem ersetzt. Die Lamellenkupplung trennt den Kraftfluss automatisch, wenn der Abschaltdruck in den Luftkesseln erreicht ist. Der Luftpresser steht still. Wird Druckluft aus den Vorratsbehältern entnommen, schließt die Kupplung. Der Luftpresser fördert bis zum erneuten Erreichen des Abschaltdrucks, um danach wieder stillzustehen. Die Einschaltzeit des Luftpressers reduziert sich auf diese Weise beim Einsatz im Fernverkehr um 90 Prozent. Der Wegfall des Luftpresser-Leerlaufs spart 0,5 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. Neben der Verringerung des Bauteilverschleißes durch die Abschaltung, senkt das System auch die Schallemission, da das lautstarke Ausblasen des Luftpressers während der Leerlaufzeiten entfällt.